Das sieht aus wie Arbeit aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich zusammen mit Brian hier bei einem Revisit vom Hotel Wildcater im Harz. Jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen die Ecken, wo ich noch nicht war beim letzten Mal. Beim letzten Mal war ich zum Beispiel auch nicht hier drin. In dem Barbereich und in den beiden ganz obersten Etagen war ich auch nicht drin. Aber jetzt bin ich erneut hier wie gesagt zusammen mit Brian. Brian möchte hier seine paranormale Untersuchung machen. Und wir sind heute gemeinsam auf Lost Place Tour. Wir waren eben schon unten am Grabenhäuschen, das habe ich ihm gezeigt. Dort habe ich jetzt aber nicht viel gefilmt, weil ich habe da ja schon ein Video für euch gemacht. Deswegen, ich will euch ja auch mal immer ein bisschen was Neues zeigen. Und auch hier drinnen werde ich euch jetzt dann wie gesagt nur die Ecken zeigen, die ihr beim letzten Mal nicht sehen konntet. Also hier draußen ist zum Beispiel jetzt ein Schloss vorgemacht. Beim letzten Mal bin ich ja am Anfang meines Videos hier so halb reingegangen. Und hier hat jemand neu diese Schlösser angebracht. Das heißt, es möchte jemand, dass dort nicht reingegangen wird. Was ist das denn hier? Einer hat so eine Robbe neben den Kasten gelegt. Crazy. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Na Leute, Bock auf eine runde Dart. Did you say something there? Yes, I told with my camera. Okay, das ist neu für mich. Hier war ich noch nicht. Ich befinde mich jetzt gerade im Barbereich vom Hotel Waldkater. Okay. Ist eine weitere Küche hier hinten. Ah, cool. Hat einer noch seine letzte Zigarette geraucht. Lorbeerblätter. Okay. Also Kühlschränke gibt es hier auf jeden Fall mehr als genug. Mal schauen in den Backofen. Okay. Nix. Erste Hilfe Kasten. Ist aber auch leer. Hier hat man wahrscheinlich die Teller gewaschen. Oder sonstiges Besteck. Blick in die Küchenschränke. Außer ein paar Teller leer. Ja. Eine Flasche Bier. Mit einem MHD. 7.1.21. Das ist auch schon über zwei Jahre abgelaufen. Da haben wir siebte siebte. Siebte siebte 20. Zehnte 20. Ok. Sternburger Export. Auf dem Fußboden sieht es aus, als hätte jemand Karten gespielt. Bloß mit Bierdeckeln. Du hast die Paukulier vor. Ok. 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 Ja guckt euch das an Leute. Man sieht förmlich noch die Leute wie sie hier sitzen und ihr Essen sanieren. ihre Drinks trinken und dort vorne wie die Barkeeper den Cocktail fertig machen für die Gäste. Hier noch eine gemütliche Runde Skat, kann gerade komische Geräusche von da, das einzige was hier nicht so ins Bild passt, ist dieser Schlitten, komisch, hier vorne war sicherlich noch mal so eine Sitzecke, hier ist so eine Eckgarnitur, wow, hier ist sogar der Rest dieser Sitzgarnitur, das ist quasi die Tür von draußen, das ist die Haupteingangstür, die aber verschlossen ist von außen. Was haben wir hier? Oh, ein Schwimmbecken. Guck mal, hier hat einer einen Tropf hingestellt, weil es hier wahrscheinlich schon das Wasser rein tropft von dort oben, ja man sieht es auch, die Holzbalken biegen sich schon ordentlich durch. Und das ist dann so das Endresultat, kurz vorm endgültigen Einsturz. Guck mal da hinten, dieses Wandbild. Gitarrenspieler. Hier war bestimmt so eine Bühne und da hinten sind so Gitarrenspieler. Hier war vielleicht so ein kleiner Tanzsaal und dort ist so die Bühne gewesen vermutlich, weil hier vorne ist so ein Podest. Hier vorne ist so ein Absatz und darauf war dann vermutlich noch so Boxen und jegliches elektronisches Equipment, vielleicht noch ein Mischpult. Hier haben wir sogar noch ein altes originales Straßenschild. Restaurant Waldkater. Schaut mal hier so ein ganz altes Telefon. Hier haben vermutlich dann die Hotelgäste an der Rezeption angerufen und gefragt, ob sie ihn das oder das aufs Zimmer bringen können. Cool. Schaut mal hier. Hier haben wir noch so ein kleines Keyboard. Sehr gruselig diese Puppe. Auch hier hat der Skatspieler wieder seine Spuren hinterlassen. Der Fernseher ist ja mega süß. War sicherlich mal sehr schön hier. Auch noch so ein paar Sitzgarnituren. Der Ausblick ist auf jeden Fall sehr schön. Schön hier ins Ländliche. Wenn das alles noch ein bisschen gepflegter war und nicht so bewachsen ringsrum wird, das sicherlich mal schön ausgesehen haben. Cool. Ist das noch die alte Fernsehzeitung hier? Ne. Einfach nur so eine Broschüre. Vielleicht eine alte Hotelbroschüre. Okay, da ist nichts in den Schubladen. Aber auch hier unten in der Schublade wieder Karten. Ich glaube hier wurde ordentlich mit Karten gespielt. Und ab und zu dann auch mal mit einer Gitarre. So eine Hälfte von so einem Schachbrett. Wie ihr da draußen hört, das hier war mal ein Biker-Hotel, wurde es genannt. Und man hört es glaube ich. Ein Telefonbuch von 1998-99. So um wieder hier raus zu kommen oder runter zu kommen bzw. hoch zu kommen in die anderen Stockwerke, muss man jetzt erstmal wieder in den Keller hinunter steigen. Und wenn man sich dann durch diesen düsteren Feuchtgebieten zurück in Richtung anderes Treppenhaus bewegen kann. Was ist das überhaupt für ein Teil hier? Sieht aus wie so eine Folterbank. Hier haben wir die Küchengeräte. Hier ein Regal noch bestückt mit Tellern. Okay, da liegen noch ein paar Batterien. Und hier so ein riesiger Kochtopf. Da kann man auf jeden Fall eine ordentliche Suppe für die ganzen Hotelgäste zugereiten. Wahnsinn. Meine Taschenlampe hat UV-Licht. Guckt mal, was ich da gesehen habe, wenn man hier auf dem Boden guckt. Was ist das? Das reflektiert ja unglaublich. Okay, es ist ein Aufkleber auf der Tüte. Da lauert die Spinne auf ihren Snack. Okay, weiter geht's würde ich sagen. Gehen wir mal wieder hoch. Na, hier waren Toiletten drinne. Das sind so Pessoirs. Seifenspender. Okay. Und hier ist es dann final. Die Toilettetrunkenwesen. Dieses Muster macht einen ja total irre. Was ist das denn bitte? Verrückt. So, folgen wir den schönen Teppich. Okay, hier waren wir ja schon. Schaut mal, hier ist noch so ein eingerichtetes Hotelzimmer. Der Teppich ist aber auch nicht gerade der schönste für ein Hotel. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit wird das sicherlich schick gewesen sein. Hier ist auch eine richtig stickige Luft drinne. Ich glaube, Klimaanlagen gab es hier nicht. Ich könnte mal aus dem Fenster schauen. Mal gucken, ob hier noch einer. Was am Nachttisch. Nichts vergessen. Boah, ist das eine Hitze hier. Oh man. These Treppen sind, aber mit absoluter Vorsicht zu genießen glaube ich. ist auch wieder nur ein badezimmer da genau das gleiche so leute wir crashen jetzt mal die paranormale untersuchung von brian das ist doch das 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 ok gemütlich der fußboden ist ja mega schief schief aber auch irgendwie stylisch kann man eine runde schacht drauf spielen das das der hier sieht es ein bisschen edler aus hier gibt es sogar eine toilette mit auf dem zimmer wahrscheinlich ist das so die high class suite gewesen die betten sehen auch etwas komfortabler aus was ist das hier wer soll nun dein herzblatt sein total irre der 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 zum abschluss noch mal ein klein teddybär für euch lassen wir mal alleine dort oben er macht nämlich gerade seine paranormale untersuchung und die könnt ihr dann auf seinem youtube kanal sehen gebt einfach mal ein bei youtube eins paranormal travel blog und dann findet ihr seinen kanal da sind wir auch schon wieder am ende meines videos in diesem sinne passt auf euch auf bleibt gesund und bis bald